und damit halli hallo meine lieben herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge snow runner wir sind zurück wir sind gar nicht zurück wir sind in kanada auf dem yukon großer lachsberg sitzen hier woran die 53 233 in der jb-version den habe ich beim durch gefunden und wir machen oder also wir fangen an immer auftrag und seht so recht schon fabrik kläranlagen ein bauform dieser größe erfordert nicht viele ressourcen und personal denkt daran dass deine arbeiter wohnraum benötigen eine nahgelegene fabrik stellt großartige hütten er du solltest sie dir mal ansehen wir dürfen liefern stahlträger mittelgroßrohre betonblöcke ziegel ja das wird bisschen länger dauern plan für heute ist wir fahren mit morgen unten im anhänger hier hoch zum lagerhaus lagern da so viel es geht an gott wie heißt es stahlroll 9 waren die hier runter zur waldsteinfabrik weil da können wir stahlträger herstellen das sollte plan wollen wir den plan haben abfahrt 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 das heißt wir krallen uns hier vorne noch kurzen anhänger standardmäßig 4 slot zack so wo ist er denn der wache da haben soll jetzt haben wir 6,6 starten durch die gegend rollen fragen fahren wie auch immer auf geht's schön durch ein jukon war ein bisschen holprich in der kurve cool wir kommen voran so weg da hoch habe ich mir zwar abgesteckt aber ich weiß also der letzte part des weges bin ich mir gar nicht sicher dass die richtige die richtige richtung ist ich weiß jetzt auch gerade nicht links oder rechts offensichtlich rechts da ich den punkt da oben nicht gesehen gerade irgendwie so umdrehen warum hier schön um die kurve da fahren wir hier mal hoch einfach mal ein ist das der richtige weg ja war mit der gerade unschlüssig ob wir hier hätten rechts gemusst hier wollen wir ja auch schon eine weile nicht mehr nachher bergauf ohne ketten wo habe ich eigentlich keine ketten rauf gezogen man weiß es nicht aber ich glaube das ist so ziemlich die einzige größere sch- oh ne da vorne kommt noch eine steigung ja gut wenn wir die aber mit schwung fahren dann sollte das auch besser laufen ansonsten nutzen wir gleich wieder die taktik und fahren ein bisschen am rand wenn wir ein bisschen mehr grippy grip haben das ist ja quasi die sache oh jetzt tut ich da am rand aber funktioniert gut wir sind auf dem weg so ich habe auch ich wusste dass das kommt ich habe auch letztens festgestellt youtube hat mich daran erinnert oder das heißt daran erinnert darauf aufmerksam gemacht ich gucke ja selten hier so statistiken oder so ein zeug aber youtube hat mir gesagt dass mittlerweile meine videos 25.000 stunden angeguckt wurden ja wie gesagt für große youtuber sicherlich nicht viel mittelgroße bestimmt nicht aber ich finde es schon beeindruckend das schon verrückt dass sich leute 25.000 stunden hingesetzt haben und meine videos angeguckt haben oder nicht schnell genug abschalten konnten mag natürlich auch sein so wir haben hier so viele lade dinger drin mein gut wir haben ja auch einen haufen zeug was wir hier durch die gegend fahren dürfen ok dann wenn wir nochmal in die werkstatt gehen also entweder den truck wechseln oder irgendwie zurücksetzen ketten 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 stimmte war nämlich auf der ersten karte waren ketten gar nicht so wild hier waren sie doch schon zumindest für die hauptstraße eher gebrauchbar jetzt habe ich vielleicht noch so in erinnerung gut jetzt müssen wir mal gucken wir fahren wir weiter geradeaus ich hatte mir den punkt nach hinten gesetzt aber ich glaube das ist eine bahn schiene ja 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 in der theorie können wir auch die bahntrasse lang fahren das würde irgendwie auch machbar sein das habe ich sogar schon mal irgendwann gemacht so komm mal rum hier müssen wir jetzt erstmal irgendwie irgendwie den anhänger hier am besten auf meine seite kriegen ja ich glaube dafür gerade nichts gut aber wir biegen hier vorne erstmal ab genau ja jetzt kommt der anhänger eh von ganz alleine mit gut gut also hier Stahlrollen Metallrollen sind es die wir laden wollen jetzt müssen wir mal gucken welcher Ladepunkt das von den beiden ist ich glaube da gibt es hier zwei erst mal hier hin stopp Fruchtverwaltung Container Metallrollen 1 2 3 4 5 6 mehr geht gerade eh nicht so und die fahren wir da jetzt am besten hin am besten zurück und wieder über die Straße ne ok dann fahren wir mal hier lang dann hier lang hier hoch zur Straße hier hoch und das wieder ohne Ketten hier hoch hier hoch hier lang hier hier und dann daheim das ist doch mal ein Plan gut können wir mal gucken oah wie lange wir da dafür jetzt brauchen kommen wir da vorne über die Schiene rüber ne das sieht ein bisschen eng aus da ist die Verladerampe auf der anderen Seite ne gut dann fahren wir halt hier wieder zurück und wir machen das hier erstmal sowieso ein bisschen entspannt im Lastgang soo dank oh no ich hab keinen Strom mehr so da haben wir wieder Strom weiter gehts so FD-Akku ist vom Controller der saubatzen gott sooo ähm oh mein Gott er so zurück mit äh wieder ohne Ketten ja ok ok hierdurch werden wir uns jetzt ein bisschen ein bisschen queren also was heißt queren wir kommen hier ein bisschen ein bisschen langsamer voran aber das sind ja nur ohne 40 Meter bis äh ok warum gibt ihr mir eigentlich nicht meine Winde ich wollte gerne einen Windenpunkt haben das war nämlich das Ding damit wir hier uns nicht weiter einbuddeln aha jetzt klappt das auch ok nach der vorne dauert die Zeit ein bisschen das dürften wir aber hinkriegen wie gesagt wir haben ja nur ordentliche Winde nervt hat nur ein bisschen der Schnee der uns hier auf der Straße ausbremst auf dem Weg viel mehr so äh nochmal zurück zu den 25.000 Stunden 25.000 Schnee ganz vielen Dank jedem einzelnen der sich auch nur eine Sekunde dort hier angeguckt hat oder mehr als eine Sekunde äh egal ob nun SnowRunner oder die anderen Let's Plays die wir so auf dem Kanal gemacht haben bisher auch oder irgendwelche Tipps und Tricks Videos denn mein also rein von der Wiedergabezeit her ist mein meistgesehenes Video mit allein 800 Einzelstunden äh ein relativ kurzes Video was gar nichts mit SnowRunner zu tun hat sondern ein Green Hell Video äh so ein Hinweis Video wie man da Waffen und Ausrüstungsgegenstände craftet ja also da auf jeden Fall nochmal Danke an alle wie sich das ergeben die auch gerne mal mit einem Kommentar da lassen vielen 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 Dank das freut mich immer so das freut mich immer so wir haben gut Schwung gerade mit jawohl jawohl ich überlege grad ich mich jetzt schon auf dem Weg an der Werkstatt anhalte ja oder wir starten in der nächsten Folge noch aus der Werkstatt aus müssen wir mal gucken auf jeden Fall ist glaube ich wirklich sinnvoll hier Ketten zu fahren weil ich glaube ich werde hier viel die Hauptstraße lang fahren mich da wieder durch die Sumpfgebiete außen rum zu quälen ich weiß nicht ob ich das so häufig vorhabe 12% Gefälle haben wir hier na dann fallen wir mal ey 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 pssst ruhig da weiß ich nicht ob ich da so viel Lust drauf habe mich da öfter also wenn wir irgendwo an die Seiten ran müssen klar dann fahren wir natürlich äh durch die Sumpfgebiete also mit Sumpfgebiete meine ich zum Beispiel was ist hier hinten die Ecke hier so da steht ein Anhänger im Sumpf oh was ist denn da für ein Anhänger ah ein Rampentieflade Anhänger mit zweimal mittelgroßen Rohren anschein ja gut wir müssen ja äh gleich dann beim äh wenn wir die Stahlrollen abgegeben haben die Metallrollen aber sowieso gleich erstmal gucken wie viele Stahlträger und hoffentlich mit großen Rohren die daraus herstellen können also Stahlträger an Priorität ich glaube es gibt noch einen Stahlträger den habe ich irgendwo auf der Karte gesehen in irgendeinem Lagerhaus liegt noch einer ich glaube in einem von dem wo wir gerade quasi waren die Metallrollen hergeholt haben ein bisschen ruhiger hier ein bisschen ruhiger hier bergab hier haben wir das schöne Hinweisschild für Yukon Ironworks oh das hat ganz schön lange gedauert bis das fähig geladen war so hänge auch so ein bisschen eine halbgehaltene Kurve gell der Weg hier runter ist anscheinend nicht so frei ist das gut wir bleiben trotzdem jetzt ganz entspannt im Lastgang nicht dass wir hier auf den letzten Metern noch irgendwelchen Quatsch machen muss nicht sein ich habe gesagt im Lastgang will ich schon wieder schalten merkt ihr das? da sind wir durch durch die letzte Pfütze und ich glaube jetzt können wir doch hoch gehen wie gesagt hier ist eigentlich wenn die Steine kein Ärger machen nicht viel zu befürchten so hallo Yukon Ironworks dann gucken wir doch mal Stopp! Lage ausöffnen wir wollen Metallrollen 1 2 3 4 5 6 so und wir brauchen 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 ich hatte ja vorhin gesagt wir haben hier irgendwo ein stahlträger da oben vorsichtig na eben hast du mir doch angezeigt genau da ist noch einer drin das sind auch nur noch zehn metallrollen drin ok das heißt wir holen auf jeden fall den stimmt das war hier auf der karte immer mit begrenzten ressourcen könnte man nur unterkunft herstellen betonplatten beton blöcke ja ok machen wir das jetzt folgendermaßen wir stellen dreimal stahlträger her machen wir mal 1 2 3 die verladen wir natürlich auch dann liefern wir die jetzt zum entladepunkt und fahren noch mal weiter bis hinten durch zum also bis zu dem werk wo wir gerade hin waren da noch mal alles voll einmal mit einem stahlträger und vier metallrollen die wird dann noch mal hierher bringen damit können wir dann noch mal ein mittelgroßes rohr herstellen wird wird dann durch die gegend transportieren können und die anderen beiden mittelgroßen rohre müssen wir dann von dem anhänger da hinten auflieger ziehen das ist so der plan heißt wir müssen beim nächsten mal dann wahrscheinlich ich schon mal mit meinen truck irgendwie durch die gegend fahren mit einem sattel aber da gucken wir beim nächsten mal wir fahren also heute fahren wir jetzt auf jeden fall erst mal nochmal zurück liefern hier die drei stahlträger ab fahren wieder nach hinten zum zum lagerhaus laden da auf jeden fall schon mal auf und und wieder geschaffen hat noch mal hier jetzt zurückzufahren aber glaube ich hier nicht da machen wir starten beim nächsten mal noch mal von dort aus so abladen können wir jetzt hier auf jeden fall gleich nicht drücken nein 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 offlinewinde ist gut da ist noch keine offlinewinde doch stopp oh nein da hinten ist noch eine runde gefallen ja gut das macht erstmal nichts anhänger lösen motor starten landen wir erst mit denen da hinten wieder auf ich hoffe wir kommen da ordentlich irgendwie ran stützen raus kran modus komm hoch hier verdammt wir haben nicht genug kraft in dem das runter das hoch haben nicht genug kraft um ihn hoch zu heben jetzt zack liegt drauf so ne ich fand ich hier den kran modus ich wollte ihn erstmal wieder herstellen danke wie wir schlittert so kran modus dann ziehen wir den jetzt hier so gut geht zu uns ran bevor wir ihn irgendwie anheben kommen wir da ran 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 einen dicken höher noch mal kurz drehen mal gucken ob das reicht reicht gut so schalten ist kein geheimnis zu weit weg so jetzt aber ach so moment wir müssen hinten ja auch noch her laden gut haben wir gelöst das problem haben wir gelöst wir mussten hier abladen ne jetzt können wir ja auch ein bisschen tempo mangel hier ist nämlich nicht rutschig irgendwie ein bisschen schlammig was denn hier nichts dann bracht verwaltung 1 2 3 gut so dann drehen wir schnell um fahren wie gesagt noch mal ist jetzt noch mal die punkte hier runter dann wieder hin und dann machen wir da feierabend also unser fahrer macht dann da feierabend was solltet schon passieren wir fahren jetzt hier bergauf und wir haben keine ladung die noch mal nach drückt also sollte dort bügel hoch auf jeden fall funktionieren bügel runter dann gleich wieder glas gang rein also da vorne dann so mit den betonblöcken und den ziegeln muss ich nochmal gucken wichtig ist nur merken betonblöcke 1 dort betonplatt 2 ist was das heißt der preis reicht für beton blöcke oder die vier ziegeln so jetzt nur auf jeden fall unterscheiden ist läuft auch wie gesagt ich hätte ketten aufziehen sollen hätte die tür auf der hauptstraße deutlich einfacher gemacht 50 kmh die 50 kmh fahre hier bestimmt nicht oh die sind ja schon bei 30 hm sind kanada kmh anzeige sind die nicht auch mit miles per hour oder sind die kanadier die guten fahrer so weiß ich gerade gar nicht äh hier ist nochmal ein lagerausflug gipsen hier so hier können wir die betonplatten herstellen und die betonblöcke dafür brauchen wir aber Cement ok Cement ja gut da haben wir uns hier erstmal ein bisschen orientieren wo wir das alles zusammen bekommen nehmen wir hier wieder so halb rüber oder am besten ganz rüber na länger vielleicht komplett mit kommt ne nicht so na wo ja ne ja gut dann schleifig dich heute hinterher was ihr Päsch habt habt ihr Päsch habt habt ihr Päsch habt gut so jetzt hier ein spurt dass wir noch fix beladen können wie gesagt ist jetzt eigentlich nicht so schwer schon mal wieder in den Lastgang rein wenn wir hier entspannt über die über die Betonpoller hier fahren gut Frachtverwaltung Metallrollen können wir hinten schon mal aufladen 1,2,3,4 Zement gibt es hier 6 mal ok und Stahlträger auf den Truck sehr sehr schön gut dann machen wir den Motor aus heute sieht aus wie so ein Aufenthaltshäuschen da vorne dunkel und die Bahnarbeiter hier bestimmt so ein Aufenthaltshäuschen wo sich unser Fahrer bestimmt auch nochmal mit denen zusammen hinsetzen kann in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder habt noch einen schönen Tag haut rein bis dann tschüss tschüss